Hallo! Dass das Fleisch von Rindern eine beliebte Nahrung ist, ist kein Geheimnis. Es steckt im Hamburger genauso wie im Rindsragout und im Rinderbraten. Aber hast du gewusst, dass Teile des Rindes auch zur Herstellung von Kerzen, Pinseln und Gummibärchen verwendet werden? In diesem Video erfährst du mehr über die Nutzung und die Haltung von Rindern. Das Rind gehört zu den ältesten Nutztieren der Menschen. Über die Jahrhunderte hinweg haben Züchtungen wahre Hochleistungsrinder hervorgebracht. Eine Milchkuh gibt heute bis zu 8000 Liter Milch pro Jahr. Vor 150 Jahren waren es nur etwa 1000 Liter. Andere Rinderrassen werden speziell dafür gezüchtet, viel und gutes Fleisch zu liefern. In Deutschland sind aber fast alle Rinder sogenannte Zweinutzungsrinder, bei denen sowohl die Milchmenge als auch die Fleischqualität gut ist. Das männliche Rind heißt Stier oder Bulle bzw. Ochse, wenn das Tier unfruchtbar gemacht wurde. Männliche Rinder geben keine Milch und werden vor allem wegen des Fleisches gehalten. Ein junges Rind heißt Kalb. Kälber liefern ein besonders zartes Fleisch. Mit der ersten Schwangerschaft einer Kuh beginnt die Milchproduktion im Euter. Die Milch dient zur Ernährung des Kalbes. Früher wurden Kühe per Hand gemolken. Heute übernehmen diese Arbeit meist Melkmaschinen. Aus der Milch werden auch Sahne, Käse, Butter und Joghurt hergestellt. Die Muskelfasern von Rindern sind das Fleisch, das häufig bei uns auf dem Teller landet. Aber neben Milch und Fleisch gibt es noch viele andere Bestandteile des Rinds, die vom Menschen genutzt werden. Aus der Haut wird Leder hergestellt, aus den Haaren Filz oder Malpinsel. Aus den Hörnern und Hufen entstehen Kämme, Knöpfe oder Dünger. Aus den Knochen wird Fett gewonnen, das etwa zur Herstellung von Seifen dient. Aus dem Blut kann Blutwurst gefertigt werden. Man nutzt es aber auch zur Herstellung medizinischer Grundstoffe. Der Darm kann als Wursthaut dienen und Fett bzw. Talg dient zur Herstellung von Öl und Kerzen. Aus Haut und Knochen wird übrigens auch Gelatine hergestellt, das in vielen Desserts und auch in Gummibärchen enthalten ist. Jedes Teil des Rinds kann also verwendet werden. Die große Nachfrage nach Rindfleisch hat dazu geführt, dass heute viele Rinder in Massentierhaltung leben. Die Boxen sind eng, die Nahrung besteht aus Kraftfutter. Ziel ist eine möglichst schnelle Gewichtszunahme. Man spricht von Mast. Nach 18 Monaten ist ein Mastbulle schlachtreif. Weibliche Kühe werden als Milchkühe in Anbindestellen ohne Freilauf gehalten. Von artgerechter Tierhaltung spricht man, wenn die Rinder etwa auf einer Weide stehen, die genügend Auslauf bietet und das gesellige Zusammensein der Rinder ermöglicht. Bei der Freilandhaltung finden Rinder schattige Plätze zum Ruhen und Wiederkäuen. Der Stall, in den sie zum Melken getrieben werden, ist hell und geräumig und bietet Platz, sich zu bewegen. Nachweislich wirkt sich diese Haltungsform auch günstig auf die Qualität des Fleisches aus. Davon hat dann auch der Mensch etwas. Rinder gehören zu den ältesten Nutztieren des Menschen. So gut wie alle Teile des Rindes können verwendet werden. Artgerechte Rinderhaltung respektiert die Bedürfnisse des Rindes, wohingegen Massentierhaltung das Tier kostengünstig als Rohstofflieferanten nutzt. Es lohnt sich zu schauen, woher das Fleisch kommt, das auf deinen Teller kommt. Mahlzeit und Tschüss!